Musik 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 Kennt ihr auch das beklemmende Gefühl, wenn ihr ein Haus betretet, in dem etwas Schreckliches geschehen ist? Ja, man spürt förmlich, dass mit diesem Gebäude etwas nicht stimmt. Die Mauern scheinen es einem zuzuflüstern. Es ist vielleicht nur so ein vages Gefühl, ein komisches Krabbeln in der Magengegend, oder eine Gänsehaut, die eure Arme hinaufzieht, während ihr durch die Räume wandert. Doch ihr ahnt, dass etwas Böses an diesem Ort lauert. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.